Moin Leute, was geht ab? Und der letzte Konzert-Light- und Folge von meiner FIFA 22 Grow to Glory und heute, wie ich finde, wieder zu einer extrem geilen Folge, denn der Content in den letzten Tagen ist auf jeden Fall absolut sick, meiner Meinung nach, von EA zumindest, dass er mir sehr, sehr gut gefällt. Heute Abend, das ist auch ja schon angekündigt, hier könnt ihr es lesen in dem Text, da, und zwar, dass heute ja auch noch die EFL Championship kommt. Da bin ich, wie gesagt, auch sehr gespannt drauf, die neuen Meilensteine. Ich habe heute allerdings schon ein Team gebaut, wo ich neun von diesen Meilensteinen drin habe. Also jeweils vier kann man ja erspielen, das heißt vier aus der Eredivise, vier aus Liga Portugal und eine SBC, habt ihr ja gestern schon gesehen, ich habe den Banzer gemacht, der ist natürlich auch noch drin, ist aber auch nochmal deutlich günstiger, also für euch absolut, ja, möglich, den auch zu erspielen. Wenn ihr jetzt sogar Icon Packs gemacht habt, zeige ich euch gleich, könnt ihr sogar ein fast full untauschbares Team bauen. Ich denke, ich werde auch mit so einem ähnlichen Team in der Welt spielen. Ich schaue mir jetzt natürlich noch die EFL-Meilensteine heute Abend schrägstich morgen an, mit euch und dann schauen wir einfach mal. Und ansonsten habe ich noch ein paar Packs für heute vorbereitet, da gehen wir da natürlich auch noch ganz kurz durch. Allerdings, ich zeige euch schon mal vorher so ein bisschen das Team, damit ihr nochmal die ganzen Karten seht, denn wir machen später auch noch ein Game, aber wie gesagt, ein paar Packs habe ich auch noch aufgespart, durch die ganzen Objectives. Und so sieht das Team aus. Ihr seht, ich habe noch zwei Icons mit dazu geholt. Auch heute, auch wenn ich mir hätte deutlich teure Icons holen können, ich teste auch aktuell sehr, sehr gerne diese Icons für so rund um 200.000 Münzen, weil auch viele von euch sich die erlauben können. Deswegen habe ich mir als Sechser Gennaro Gattuso heute mal geholt. Ja, ich sage mal, der kann halt gut verteidigen. Ist halt ein Abräumer. Und als ZOM-Ingame habe ich mich für Littmann entschieden. Mit einem Ketterlist hoffe ich, dass der auch gut ist. Hat natürlich einen brutalen Abschluss. Ich hoffe, der hat geile Finesse-Schüsse. Der hat nämlich noch die angeschüttete Schusseigenschaft, und ich brauche einfach einen, der noch ein bisschen passen kann. Denn geplant ist auf jeden Fall heute, dass ich mal wieder in der 4-in-2-in-2 spiele. Wieso und warum? Ich hatte jetzt ein, zwei Gegner, die haben da mitgespielt. Und das ging vorne unfassbar ab mit diesem, ja, hier vorne mit den drei Leuten. Ich habe früher, sagen wir mal so FIFA 17, FIFA 18, FIFA 16 auch immer in der Engraute gespielt. Das war so mein Ding. Damit war ich auch echt gut. Bin dann aber so, ich sage mal, je langsamer und je träger die ganzen FIFAs wurden, und desto mehr bin ich auch auf diesen 4-2-3-1-4-4-4-2-Lifestyle drauf eingegangen. Und deswegen, weil es halt häufig gut war, wenn du ein bisschen länger den Ball gehalten hast, und dieses schnelle nach vorne spielen wurde halt durch die einzelnen FIFA-Jahre immer schwerer. Deswegen bin ich halt auch weniger auf die Formation gegangen. Hoffe aber, dass das jetzt wieder ein bisschen besser geht. Ich wollte es einfach zumindest mal testen. Wir stehen auch kurz vor der Elite-Division. Das heißt, wir spielen gleich das Entscheidungsspiel im besten Fall. Ich bin nämlich auf der Streak. Wie gesagt, vorher gucken wir noch ein bisschen rein in die Packs. Ja, aktuell kann man jetzt nicht so viel ziehen, das stimmt. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja auch neue Packs, und zwar unter anderem 81 Plus Doppel-Upgrade-Packs. Und generell ist der Markt aktuell relativ hoch. Und von daher dachte ich mir, ja, es ist irgendwie auch jede seltene Karte was wert und so. Deswegen ziehe ich einfach mal die Packs. Zur Not kann ich da vielleicht noch ein bisschen was verkaufen, oder halt das eine oder andere Upgrade-Pack schon mal vorbereiten. Und ob ich jetzt hier aus den 75 Plus-Packs irgendeine Special-Karte ziehen würde, sind wir mal ganz ehrlich. Und ich kann ja auch M-P-P ziehen oder eine Icon. Also von daher ist ja auch nicht so, dass man gar nichts Gutes ziehen könnte. Ansonsten natürlich auch ein bisschen SBC-Futter. Ich ziehe die mal ganz kurz runter hier. Ganz entspannt. Ich kann euch zumindest schon mal sagen, es hat auch auf jeden Fall saftig lange gedauert. Wenn ihr mich fragt, was ich euch auf jeden Fall raten kann, wenn ihr nicht so Bock habt, Squad Battles-Rival zu spielen. Also ich habe die Eredevise-Sachen in Rivals tatsächlich abgeschlossen. Das heißt, ich habe mit sieben Eredevise-Karten, teilweise mit einem Gold Timber und mit einem Alvarez hinten, in Div 1 gespielt. Es hat auch gut funktioniert. Ich habe, ich sage mal, aus so zehn Spielen, ich glaube sieben, gewonnen. Ich habe halt die Flanken und die angeschütteten Schüsse. Und bei Liga, warte mal, mit zehn Info. Kanada, ZDM, okay, ist glaube ich irrelevant. Ich glaube, den habe ich sogar schon, oder? Nee, perfekt, habe ich nicht. Den hatte ich tauschbar. Und habe die Sachen in, also die anderen Aufgaben, können halt alle in einem Spiel machen. Die habe ich halt dann in einer Runde Squad Battles gespielt, weil ich kann natürlich jetzt nicht zusätzlich noch auf irgendwelche Flanken gehen oder so dann in Div 1, sondern ich bin wirklich nur darauf gegangen, schieße ein Tor mit einem Eredevise-Spieler, weil dann habe ich direkt, wenn ich das hinbekommen habe, drei weitere Spiele ausgewechselt. Und so hatte ich dann eigentlich nur noch vier Eredevise-Karten auf dem Platz und da findet man auch eigentlich vier gute. Da nimmt man vielleicht zwei Außenverteidiger und es gibt ja auch günstige Rulebacker-Karten. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr das machen wollt, weil gleichzeitig holt ihr dadurch auch eure Sieben-Siege für die Rivals-Rewards und könnt ja sowieso auch nicht absteigen. Also selbst wenn ihr ein paar Mal verliert, ja mein Gott, ist ja eigentlich egal. Dann könnt ihr einfach quitten, was soll's. Und mir persönlich ist es ein bisschen leichter dadurch gefallen. Liga NOS habe ich jetzt allerdings in Squad-Battles gemacht, so ehrlich bin ich ja, also die meiste Zeit zumindest. Weil, ja, das Problem ist, ich wollte jetzt auch das Spiel offen lassen und dann wäre ich in der Elite-Division gewesen. Und Elite-Division ist dann, glaube ich, doch nochmal eine andere Hausnummer, um da irgendwelche Sachen zu erspielen. Aber, naja, wir werden es ja gleich sehen, wie das im letzten Game läuft. Hier haben wir noch zwei Packs aus dem Season Pass. Den konnte ich dann natürlich auch noch nebenbei weiterspielen. Was ich aber, um mal zum Ende zu kommen, sagen möchte, der Uribe und der Macintosh, den kann man ja durch diesen eigenen Spielmodi spielen. Und das geht wirklich bei mir super schnell. Die meisten machen da Gold und Gold. Also da seid ihr eine halbe Stunde, Stunde durch pro Karte. Wir kriegen Draft-Token, sehr, sehr geil. Ich glaube, das ist das allererste Draft-Token, was ich dieses Jahr kriege. Den kann ich euch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlen, dass ihr den zumindest schon mal mitnehmt, wenn ihr halt nicht so Bock habt auf Squad-Battles oder Rivals, zumindest die beiden Karten. Gerade Uribe, wie gesagt. Und das ist nochmal ein Walkout hinterher. Und das ist ein Screen, ja, also ein Draft-Token. Und 86er, seht ihr, hat sich doch gelohnt, die Packs mitzunehmen. Definitiv, ein Stones noch hinterher, noch einen weiteren Spielerjubel, wunderbar. Und dann würde ich sagen, Team habe ich euch ja schon gezeigt. Ich bin vor allem gespannt auf diesen Opendia. Oh, nicht Opendia, Opender. Die Stats sind jetzt natürlich durch Squad-Bits ein bisschen geboostet, bin ich ja ehrlich. Wir merken uns, dass es einfach trotzdem mal wieder so ist. Ich glaube aber, dass der sehr, 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 sehr sick ist. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie sich das Team auch ingame spielt mit der neuen Aufstellung. Ich finde es jetzt auf jeden Fall schon mal hammergeil. Wie gesagt, wenn ihr halt sowieso Icon-SPCs gemacht habt, also die normalen garantierten Icon-Packs, habt ihr auch untauschbare Icons, die ihr halt super gut einbauen könnt. Also so ist halt fast jeder auf der vollen Chemie außer Rafa. Sehr, sehr nice und deswegen ab ins Spiel. Auf geht's. Endspiel um die Elite-Division, damit wir am Donnerstag auch wieder den Pick haben. Wir schminken gegen ein extrem kreatives Full-Premalic-Team. Okay, aber zumindest kein Kimpembe und kein Fake. Da bin ich ja schon mal froh. Auf die beiden habe ich nämlich mittlerweile so einen persönlichen Hass entwickelt. Es gibt ja auch, glaube ich, mittlerweile eine Petition, um den Kimpembe aus dem Spiel zu nehmen. Ich würde es auf jeden Fall unterschreiben. Geht da drückt erst mal Pause. Soares mit Rafa. Das ist direkt mal Littmannen. Sehr gut. Bansa mit Uribe. Littmann geht da direkt mal rein. Und dafür habe ich da die Icons stehen. Denn Littmann hat auf jeden Fall stabile Werte als ZDM. Wird zwar immer belächelt. Ich weiß, ey, man kann doch nicht Icon-Littmann spielen. Aber glaubt mir, man kann ihn spielen, denn er macht auch hier direkt wieder das 1 zu 0. Auch wenn es jetzt noch keine Objective-Karte war. Boah, Salah kommt jetzt hier mal. Also ich merke schon, hinten stehe ich auch auf jeden Fall aber auch saftig offen im Mittelfeld. Und das ist Inakio. Ich muss die Spieler auch noch mal ein bisschen kennenlernen. Auf jeden Fall der polugiesische Ivo. Der hätte ihn da direkt mal geholt. rumläuft Uribe. Da haben wir ein bisschen Platz. Unser Sechser. Beziehungsweise Achter ist es ja eher in der Position, dass es wieder Littmannen auf Openda. Der kann sich drehen. Virgil van Dijk fälscht den erstmal ab. Aber wir sind noch in der Szene drin. Ja, ich glaube, das ist Abseits, oder? Ja, und naja, Rafa. Ich habe den extra nur ins Mittelfeld gestellt. Und ich dachte mir schon, der könnte vielleicht nicht so gut sein. Der erste Schuss war ja schon mal wieder klasse. Oh, die Mitte ist offen. Mané. McIntosh steht da schon wieder, Junge. Der Typ ist so eine Legende. Und jetzt der Konter über Benza. Openda. Da ist er. Openda. Ich weiß nicht mal, wie man ihn ausspricht. Es ist aber vollkommen egal. Eiskalt ausgekontert. Sehr guter Angriff. Und das sind, glaube ich, die Vorteile von dieser 4-1-2-2. Durch den Zehner, durch die Mitte. Mit einem weiteren Steilpass. Ihr habt es gesehen. Ja, und dann haben wir halt vorne die beiden Stürmer. Ganz, ganz klar. Mit den Konnigern nochmal querlegen. Also 2-0. Er ist auch direkt der Pausenstand. Läuft gut. Bin jetzt nicht ultra-dominant, muss man auch sagen. Aber 4-1-Schüsse. Es ist halt auch Aufstiegsspiel um Elise, dass ich jetzt den Gegner nicht komplett nach absoluten Belieben rasiere. Mit einem Objective-Team und Gattuso und Littmann ist es, glaube ich, auch klar. Aber das Team spielt sich auf jeden Fall geil und macht Bock. Also vor allem dieser Openda, der fühlt sich richtig OP an. Nice, Soares. Richtig gut. Oh, und wir haben so viel Platz über die Außen. Wir haben so viel Platz über die Außen. Wo ist einer in der Mitte? Da oben ist Benzer. Boah, das war lucky. Das war eigentlich gut gemacht. Er hat sich auch gut freigelaufen. Dann wurde er vielleicht noch ein bisschen abgelockt. Ich glaube, von seinem Robertson war es. Jetzt wäre natürlich geil, wenn ich die EFL-Meilensteine schon hätte und ich da vielleicht noch ein, zwei Mittelfeld-Offensivkarten bringen könnte. So stelle ich mir das eigentlich vor in der Weekend League. Guter Ball, Uribe. Wen haben wir denn da in der Mitte? Wer ist das? Gattuso. Was für Gattuso? Du sollst hinten bleiben. Aber es macht er gut. Und da ist Obenda. Und den macht er natürlich 10 von 10 rein. Der ist wirklich eine absolute Maschine. So fühlt er sich zumindest an. 3 zu 0. Und ich habe das Gefühl, der Gegner quittet. Warten wir mal. Ja, guck mal. Hatte ich doch richtig im Gefühl. Das heißt, wir sind heute in der Folge in die Elite-Division zurück wieder aufgestiegen. Ich wurde da ja durch die neue Season nach hinten gesetzt. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, weil ich ja lange nicht spielen konnte. Hat mich aber jetzt ja wieder hochgekämpft in der letzten Woche. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und, naja, ich sage mal, jetzt da mit sieben EFL-Karten zu spielen, weiß ja nicht, ob ich das so ganz fühle. Gucken wir mal. Aber wir kriegen dadurch auf jeden Fall wieder die Elite-Rewards wöchentlich und monatlich in Zukunft. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Und dann hoffe ich, dass vor allem smarte Positionen kommen. Ich weiß noch nicht so ganz. Also entweder bräuchte man halt einen linken Flügel plus natürlich ZMs, dass man Rafa irgendwie smart auch auf die rechte Seite tun könnte. Weil man hat ja auch Neres und Rafa-Meilensteine. Es fehlt eigentlich noch was für Links aus der EFL. Maybe. Oder halt ansonsten noch vielleicht hier einen Torwart und einen weiteren IFA. Wobei heute hatten wir auch schon noch einen weiteren Portugiesen aus der Storyline-Karte. Und was ich noch damit sagen will, ich bin sehr gespannt, was da heute kommt. Es wäre natürlich auch noch eine Idee, dass ich diesen Pass weiterhin einbaue. Aber da schauen wir dann einfach mal. Ansonsten bin ich gespannt, wie ich das Team noch ändern kann. Zur WL vielleicht auch noch ein bisschen günstiger gestalten könnte durch ein, zwei Goldkarten oder durch ein, zwei günstige Informs, um trotzdem möglichst viele Spieler auf die volle Chemie zu kriegen. Wenn ihr da heute Abend Ideen habt, wenn die EFL-Karten rauskamen, gerne her damit. Könnt ihr mir gerne mal zusenden. Also vielleicht maximal drei weitere Karten bis auf die Meilensteine. Also acht Stück will ich eigentlich schon drin haben. Hier habe ich jetzt sogar neun drin und nur einen auf Low-Camp. Das finde ich schon ziemlich optimal. Da schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Das war für heute, wie ich fand, eine geile Folge. Das Team gefällt mir nämlich unfassbar gut. Damit werden wir bestimmt noch einiges spielen. War auch sauviel Arbeit, das zu erspielen. Deswegen hoffe ich, dass euch es heute gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich über einen fetten Daumen rumfreuen. Und dann war es das von mir. Macht's gut, Leute. Haut rein. Und ciao. Alles, Leute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.